Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, das gestrige Video hat ganz schön getriggert, daraufhin haben einige meinen Kanal fluchtartig verlassen. Was soll ich sagen, ich kann an den Botschaften nichts ändern und selbst wenn ich könnte, ich würde es nicht tun. Das sind die Botschaften. Ich bin der Botschafter, also von dem her, ja, Thema loslassen. Ein großes Thema, schwieriges Thema, unangenehmes Thema, ja, aber ich möchte dich heute wieder ein bisschen triggern, weil ich möchte dir zeigen, was passiert denn, wenn du loslässt? Was erhältst du dafür? Ja, ich meine, klar, es ist alles immer leichter gesagt als getan, aber die Sache ist die, loslassen bedeutet nun mal Freiheit. Ich habe es im letzten Video schon erwähnt. Natürlich, bis man letztendlich loslassen kann, das erfordert Prozessarbeit, ja. Ich meine, man kann sich nicht einfach nur dazu entscheiden, loszulassen. Wenn zwei Menschen miteinander verbunden sind, dann ist es ein bisschen mies, ja, aber man kann dann tatsächlich erst loslassen, ob nun einer von beiden oder beide, wenn alles zwischen diesen zwei Menschen erledigt ist, Karma aufgelöst ist, die Themen in einem von beiden oder in beiden aufgelöst, aufgearbeitet sind, ja. Ich meine, klar, loslassen geht nicht von heute auf morgen so, zack, bumm, erledigt die Sache, funktioniert nicht. Das erfordert Prozessarbeit. Nur möchte ich heute die Legung machen, vielleicht als kleinen Impuls oder als, wie sagt man, um dir das ein bisschen schmackhaft zu machen, überhaupt mit dem Gedanken zu spielen, mit dieser Thematik zu arbeiten. Ja, ich weiß, viele arbeiten schon damit, viele sind schon in ihre Prozesse gestartet und die sind mittendrin. Ich darf einige von ihnen begleiten und es ist ein harter Weg, ja, aber es lohnt sich definitiv. Ich kann es nur immer und immer wieder sagen und ich würde es nicht, ich würde es nicht so beschwören, wenn ich es nicht selbst schon ein paar Mal durchgemacht hätte. Ja, ja, Seelenverbindungen, Seelenverbindungen. So, starten wir ins Reading. Ja, ich hole mir dafür erstmal ein paar Kärtchen ab und dann hole ich euch wieder mit dazu. Bis gleich. Dieses Reading strotzt vor männlicher Energie, vor Power, vor Kraft, Tatkraft, Aktion, die Handlung. Also, welche Energien zeigen sich hier? Was passiert, wenn du loslässt? Was erhältst du dafür? Mega, mega, mega. In erster Linie bekommst du durch das Loslassen die Möglichkeit, dass du dich wieder entdeckst, das Schweigen brichst, die Zurückhaltung brichst und für dich wieder lebst. Dein Leben auf deinem Weg. Du erhältst deine Stimme zurück. Die Stimme, deine eigene Wahrheit zu sprechen. Ja, okay, ich muss das jetzt gleich mal vorwegnehmen. Und zwar ist es jetzt so oder in den meisten Fällen in einer bedürftigen oder abhängigen Verbindung gibt man sich meistens auf. Also ein Part, ja, meistens du, sonst würdest du wahrscheinlich keine Orakel gucken. Du gibst dich auf. Du gibst alles her. Du lebst quasi nur noch für diesen Menschen. Ja, klar, wenn dann irgendwo die Distanz da ist oder wenn du blockiert wurdest nach einer Zeit, das ändert sich dann. Aber in dem Moment, wo alles noch so frisch und so akut ist, verlierst du dich komplett selbst. Dementsprechend schaust du auch immer irgendwie, wie kannst du es deinem Schatz recht machen. Wie kannst du dich verbiegen und verdrehen? Damit er sich nicht über dich aufregt, er oder sie. Damit ihr euch nächstes Wochenende trefft. Damit er oder sie mehr Interesse an dir hat. Ja, du versuchst dich auch interessant zu machen und sowas. Ja, eigentlich Dinge, wenn du in deiner Kraft, in deiner Stärke, in deiner Balance bist, machst du sowas nicht. Weil dann weißt du ganz genau, dass du anziehst das, was zu dir kommt oder zu dir gehört. Aber in dieser bedürftigen, abhängigen Verbindung agierst du komplett toxisch und ja auch irgendwo manipulativ, weil du willst dich ja auch interessant machen. Ja, über Worte, Gesten, irgendwelche Fotos, Videos auf Social Media oder Sonstiges. Und das ist das, was du eben dafür bekommst, dieses du selbst wieder zu sein. Das hört sich jetzt vielleicht so unwichtig an, aber das ist ein grundsätzlicher Bestandteil deines Weges, dass du du selbst bist. Die Aktion, die Handlungsfähigkeit, wie viele Situationen gibt oder gab es in dieser Verbindung zwischen euch beiden, wo du festgefroren warst, erstarrt warst in dieser Ohnmacht, in dieser schmerzvollen Ohnmacht. Die Momente, wo dein Gegenüber dich verlassen hat, blockiert hat, die Off-Phase eingeleitet hat oder oder oder. Verschiedene Situationen oder dich auch einfach nur von sich gestoßen hat. Liebesentzug kommt mir auch gerade, ja. Diese Erstarrung in dir, dieses, diese Fesseln, ja, wir haben die Fesseln hier auch nochmal liegen. Du erhältst deine eigenen Flügel zurück. Du kannst wieder du sein, du kannst dich bewegen, so schnell und in welche Richtung du auch immer du möchtest. Du bist wieder fähig zu handeln. Du sprengst die Ketten und bist frei. Vogelfrei. Ja. Dann haben wir das Erwachen, den Aufstieg, die Erleuchtung, die Offenbarungen, der Lerneffekt, der hieraus resultiert aus dem Loslassen. Nein, ich kann es überhaupt nicht in Worte fassen. Das funktioniert nicht, weil es ist, als würdest du auf einmal einen kompletten Packen mehr, mehr Wissen, mehr Weisheit erlangen. Eine kleine Geste, ich weiß, Loslassen, schwierige Prozessarbeit, schwierige Geste, aber im Vergleich zu dem, was du alles erhältst, ist es nur eine kleine Geste, ein kleiner Schritt, eine kleine Entscheidung. Und du bekommst so, so viel dafür. Es ist ein Schritt in die nächsthöhere Ebene, das Auflösen von so vielen karmischen Verbindungen, so viele Themen, die dich eventuell schon dein Leben lang begleitet und somit auch belastet haben. Hier haben wir sie, die Fesseln, das Opfer. Aber es wird kein Opfer mehr geben, nachdem du losgelassen hast, weil wenn du frei bist, kann dich niemand mehr klein halten, kann dich niemand mehr anketten, außer natürlich du selbst. Aber selbst da ist die Erkenntnis gegeben für dich, für dich selbst, dass du dies niemals wieder zulassen wirst. Auf keinen Fall nicht in dieser Form, dass du dich so sehr abhängig machst, ins Mangelbewusstsein rutscht. Ja, ich meine, wenn man sich überlegt, wie viel Macht du deinem Gegenüber dadurch gibst und jetzt vielleicht Wochen, Monate oder Jahre nach eurer Trennung, nach eurem Kontaktabbruch, wie viel Macht dieser Mensch noch über dich besitzt. Das ist unglaublich, oder? Spür dich mal bitte rein. Spür dich da rein. Dann haben wir hier noch die dunkle Nacht deiner Seele. Ja, das ist die tiefste Prozessarbeit. Das Eintauchen in deine tiefsten Abgründe. Und deine Gulli-Grube, ja, da wo der stickigste Mist drin gesammelt ist, wenn du loslässt, hast du einen komplett anderen Zugang zu dir selbst. Du bist ein neuer Mensch. Ja, ich weiß, diese erste Kartenreihe, das hört sich an wie, ach ja, ist ja alles so easy peasy. Nein, du gehst hier durch verdammte, durch verdammt harte Prozesse durch. Aber ich kann es nur nochmal wiederholen. Es lohnt sich. Und das, was du dafür erhältst, ist unbezahlbar. Unbezahlbar. Okay? Sehen wir dann gleich noch in der zweiten Reihe. Sollte man das tun? Sollte man wirklich loslassen oder lieber verharren in diesem Opferbewusstsein, in dieser Bedürftigkeit, in dieser Abhängigkeit, die natürlich nicht immer nur mit diesem Gegenüber zusammenhängen, sondern ihre Ursachen eventuell schon aus einem vorigen Leben haben oder aus der Kindheit oder dergleichen. Meistens ist dieses Gegenüber ja nur derjenige mit dem Hebel in der Hand, der die richtigen Knöpfe drückt. Die Antwort lautet, ja, ja, es ist sinnvoll, es ist notwendig, es ist unausweichlich, diesen Weg zu gehen. Natürlich hast du immer die Wahl, du kannst loslassen, musst aber nicht. Und irgendwann mal liegst du vielleicht auf deinem Sterbebett und denkst, ja, scheiße man, ich habe mein ganzes Leben verpasst, weil ich nicht loslassen wollte, weil ich festgehalten habe, was mich so viel Kraft gekostet hat, so viel Lebensenergie und Lebenszeit. Ja, so, gehen wir weiter in der männlichen, kraftstrotzenden Energie. Es ist zweigeteilt. Ich gehe jetzt erstmal auf dich ein und dann auf dein Gegenüber. Also, was bringt es dir noch? Du wirst wieder deine eigenen Entscheidungen treffen. Ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, nicht aus irgendeiner Abhängigkeit raus, oh, wenn ich mich jetzt so und so gebe oder wenn ich dies und das und jenes sage, dann ist mein Gegenüber vielleicht wieder sauer oder blockiert mich wieder, ja. Immer diese Vorsicht, diese Habachtstellung. Oh, ich muss aufpassen, was ich tue, was ich sage, sonst werde ich wieder blockiert, sonst werde ich wieder stehen gelassen, sonst trennt er oder sie sich wieder von mir oder sonst flippt er oder sie wieder aus, ja, lauter solche Sachen. Muss jetzt nicht auf jeden zutreffen, aber in vielen Fällen ist es einfach so, dass du immer irgendwo in einer, in einer, ja, du läufst auf Eierschalen. Dann kannst du hier natürlich, wenn du frei bist, kannst du hier alles kreieren wieder, was du möchtest. Ja, nicht nur dich selbst, sondern natürlich auch alles im Außen. Du kannst dir neue Pläne schmieden, neue Ideen ausarbeiten. Nicht nur jetzt in Bezug auf die Liebe, sondern das wirkt sich natürlich auf all deine Lebensbereiche aus, ja. Ich meine, wer kennt es nicht? Du steckst fest in einer Bedürftigkeit, in einer Abhängigkeit. Dies wiederum strahlt aus auf Familie, auf Freunde, auf das Berufsfeld, ja, weil du veränderst dich, du ziehst dich vielleicht zurück, du bist vielleicht gereizt, ja, gehst anderen irgendwo auf die Nerven mit deinem, mit deinem, äh, depress, mit deiner depressiven Ausstrahlung oder Sonstiges, ja. Natürlich, die anderen verstehen das nicht, weil sie nicht in der gleichen Situation sind, aber dennoch hat es, hat es eben Einfluss. Diese Energie, die du mit dir herumträgst, das hat alles Einfluss auf dein Umfeld, auf dein direktes Umfeld. Und wenn du frei bist, bist du wieder leicht und du kannst in so viele, nein, in jede Richtung weitergehen, die du möchtest. Du entdeckst wieder deine Leidenschaft, deine eigene. In dieser Zeit der Bedürftigkeit ist es ja so, dass die einzige Leidenschaft dieses Gegenüber ist. Für ihn oder für sie brennst du, für ihn oder für sie lebst du, ja, so in dieser akuten Phase der, der, ähm, On-Phase oder, oder, wenn du, wenn du noch kämpfst, wenn du versuchst, diesen Menschen zu behalten, in der Phase, wo du dich klein machst und klein hältst und versuchst, demjenigen alles recht zu machen, ja, nur, dass er dich nicht wieder verlässt oder blockiert oder Sonstiges. Hier kannst du wieder deine eigene Leidenschaft erspüren. Hier kannst du dir wieder nehmen, was dir zusteht. Es ist was komplett anderes. Es ist diese freie Leidenschaft, mit der du arbeiten kannst, ja, unabhängig von einer anderen Person. Wie gesagt, das, das, das weißt du erst, wenn du das selbst mal gespürt hast, diese freie Leidenschaft für dich selbst. Du bist wieder offen für eine neue Liebe. Du gehst weiter in deinem Wachstum, in deinem Seelenwachstum, ja, du schreitest voran und du kämpfst für dich, du stehst für dich ein. Du machst dich nicht mehr klein, du hältst dich nicht mehr zurück, du sprengst die Mauern, zeigst dich, gehst nach außen. So viel zu dir. Ich glaube, ja, es sind jetzt viele, viele Worte für dich, eventuell auch teilweise unglaubwürdig, gerade wenn du jetzt noch in irgendeiner Art Schmerz festhängst, ja, und unbedingt diesen Menschen in deinem Leben haben möchtest, dann wirst du dir denken, pff, alles nur heiße Luft. Aber wenn du die Entscheidung triffst, loszulassen, dann dürfen diese Energien in dir arbeiten. Was darfst du denn erwarten, wenn du loslässt? Wer wird hier auf dich zukommen? Loslassen, Transformationsprozess, ich habe schon gesagt, dein Aufstieg, das heißt, du bist auf einer ganz anderen Ebene. Dementsprechend, und hier muss ich sagen, hier liegen eben zwei wichtige Könige in dieser Verbindung oder in dieser Thematik, und zwar der König der Schwerter und der König der Stäbe. Nein, eigentlich ist es egal, weil alle vier Könige, egal welcher jetzt da ist, sind ganz, ganz wichtige Komponenten in dieser Verbindung. Nur hier geht es darum, hier hast du zwei Eigenschaften von diesem zukünftigen Partner. Zum einen, er trifft seine Entscheidungen, oder sie natürlich, und steht dazu. Und die Leidenschaft, die hier ist, diese Verbindung, ist kein Auf und Ab, ist kein On und Off. Es ist was Beständiges. Ein Feuerzeichen lodert zwar schnell mal auf und flacht dann wieder ab, aber in dieser Verbindung mit der Welt auch dazwischen, das ist eine komplett neue Ebene. Das ist ein Nachhausekommen, das ist eine Auflösung, das ist ein Ankommen in einer Verbindung auf Augenhöhe, gleichberechtigt und innig. Man steht zueinander. Man haut nicht gleich ab bei den ersten Problemen oder ersten Unannehmlichkeiten. Das ist was komplett anderes. Ich hoffe, du spürst diese Energie, weil das ist kein Vergleich, absolut kein Vergleich zu dieser anderen Geschichte, die du erlebt hast. Verspreche ich dir, kein Vergleich. Dies ist ein Mensch, der weiß, was Liebe bedeutet und der diese Liebe, weder seine eigene Liebe noch deine Liebe zu ihm oder zu ihr ausnutzt. Wie viele gegenüber, also in einer toxischen Verbindung, wie viele gegenüber spielen mit deinen Gefühlen, machen dich willig durch ihr Verhalten, durch ihr manipulatives Verhalten, selbst wenn es ihnen überhaupt nicht bewusst ist, aber sie formen dich durch deine Hingabe, formen sie dich, wie es ihnen gefällt. Naja, am Ende sind sie dann doch nicht zufrieden, weil am Ende blockieren sie dich oder kicken dich aus ihrem Leben raus oder so. Ja, aber du weißt, was ich meine. Und dieser Mensch hier auf Augenhöhe, der in den Startlöchern hockt, der wartet nur darauf, bis du loslässt und bis du diese Ebene, diese nächsthöhere Ebene erreichst. Dieser Mensch, der kann lieben, der weiß, was das ist, was das bedeutet, was da alles dranhängt. Diese beständige Liebe, ja, und dieser Mensch ist bereit, mit dir gemeinsam zu wachsen. Wie ich vorhin schon gesagt habe, dieser Mensch haut nicht ab bei den erstbesten Problemen. Natürlich gibt es Konflikt, natürlich gibt es Streit. Hallo, wer will schon ewige Harmonie, ist ja langweilig. Aber innerhalb eines Konflikts oder eines Streites kommt dieser jemand nicht und sagt, ach, weißt du was, hau doch ab, du nervst mich oder sonst irgendwas, ja, und blockiert dich dann, oder, ja, wir kennen diese Geschichten, ne. Nein. Hier, hier ist gemeinsames Wachstum angezeigt. Und dieser Mensch verteidigt sich, verteidigt dich und verteidigt eure Verbindung. Er kämpft, er oder sie kämpft dafür. In wie, also wie viele Situationen hast du schon erlebt, wo dich, oder in denen dich dein Gegenüber verleugnet hat? Weil keiner durfte was erfahren von euch beiden, ja, das musste geheim sein. Warum, wieso, weshalb? Vielleicht warst du auch ständig von irgendwem die Affäre oder ständig involviert in irgendeiner Dreierkonstellation oder, oder, oder. Dein Gegenüber hat nie wirklich dich öffentlich und offiziell an seine Seite gestellt. Das ist so eine, das ist so eine eklige Energie. Gehen wir wieder auf die Schöne über? Ja, mit diesem, mit diesem neuen Menschen, mit diesem neuen Gegenüber und mit dieser beständigen Liebe auf Augenhöhe wirst du sowas nicht mehr erfahren. Das ist natürlich keine Garantie, dass du mit diesem Menschen ein Leben lang zusammenbleibst. Dieser Mensch ist nicht der einzige auf Augenhöhe mit dir, ja, also ich meine, natürlich, eine Garantie gibt es nie. Wer weiß, vielleicht versteht ihr euch irgendwann mal nicht mehr oder ihr habt euch gegenseitig ausgedient oder sonstiges um Gottes Willen. Aber, ich sage dir nur, mit diesem Menschen an deiner Seite erhältst du wieder die weiteren Erkenntnisse, die weiteren Offenbarungen, wie schlecht es für dich eigentlich war, an diesem alten Gegenüber festzuhalten. Und, ist es das wert oder ist es das wert? Ja oder ja? So, was heißt das im Fazit? Die wahre Liebe. Okay? Die wahre Liebe. Nicht eine einseitige wahre Liebe von dir ausgehend Richtung deines alten Gegenübers, sondern die wahre Liebe auf Augenhöhe gleichwertig, beidseitig. Muss ich, glaube ich, nichts weiter dazu erwähnen, oder? und dann haben wir hier noch den Electric Touch. Das ist eine Schwingung, die kennst du auch aus deiner Wunschpartnerbeziehung, aus deiner Ex-Partnerschaft oder dergleichen, diese leidenschaftliche elektrische Anziehung. Ja, davon spreche ich aber nicht. Dieser Electric Touch in Verbindung mit der wahren Liebe, das erreicht eine Tiefe, da kann dein Ex gegenüber niemals mithalten. Ja, das ist was, das geht durch und durch. das ist eine neue Form von Liebe, eine tiefe Art, eine tiefe Form von Liebe, eine neue Art der Erkenntnis. Und wenn du jetzt noch sagst, ich kann nicht loslassen, dann bedeutet dies eigentlich nur, ich will nicht loslassen. Und das ist ein gravierender Unterschied. Weil selbst wenn es hier noch irgendwelche Themen gibt, zwischen dir und deinem alten Gegenüber, dann hast du hier immer noch die Möglichkeit und die Wahl, diese Dinge zu bearbeiten, diese Dinge aufzuarbeiten, entweder für dich alleine oder natürlich mit professioneller Unterstützung. Empfehle ich persönlich immer, weil einfach dieser Mensch im Außen, diese professionelle Unterstützung kann dir einfach gewisse Dinge aufzeigen, die du eventuell selbst nicht siehst oder weil wir uns ja auch sehr gerne mal selbst sabotieren und selbst verarschen, kann man sich dementsprechend auch zwischendurch mal einen Arschtritt abholen von diesem Menschen, der dann sagt so nicht, guck dann noch mal genauer hin also bist du bereit? Herzlichen Dank fürs zusehen bis zum nächsten mal